Hallo Menschen. Oh mein Gott. Ich habe gerade etwas mitbekommen, das mich erschaudern lassen würde, wenn das physikalisch Sinn machen würde. Pesti hat soeben ein Video aufgenommen. Aber nicht irgendein Video, sondern ein Video von sich selbst. Ja, wirklich. Und er hat vor, es zu veröffentlichen. So nach dem Motto, als ob jemand wissen will, wie er aussieht. Scheinbar will er das im Zuge von Pesti Labatt machen, damit es nicht mehr Videos sind, die nur aus Standbildern bestehen. Aber ob die Welt für ihn bereit ist? Ich bin es jedenfalls nicht. Von dem, was ich mitbekommen habe, will er es diese Woche kurz vor dem Livestream veröffentlichen. Bis dahin sind es noch ein paar Tage, in denen wir unschuldig über die Welt spazieren können. Bis uns ein weiterer YouTuber die Seele klaut. Gott steh uns bei. Ich versuche es euch an das oily Text und corrupt. Vom